Das wär auch kurz im Hempst stehen geblieben. Aber hier war dann der Geheimausgang hier. Das ist überlegt. Und guck mal. Äh... Na ja. Da war er. Ganz versteckt. Ich bin nicht versteckt. Auf jeden! Da ist auch ein Abgrund da drin. Bin ich schon oft reingefallen hier. Denk ich, yeah, ich hab's geschaffen und dann zack in den Abgrund. Kannst du das Schloss machen oder kannst du doch alles machen? Will ich das probieren? Nö. Das ist scheiße. Warum gehst du da hin? Hey, du wolltest das Schloss einfach machen? Nee, das Schloss ist das andere. Der wird sich scheiße. Achtung, die Gunkung! Ja, ich muss grad sagen. Ich bin mal nicht in die erste Falle gerannt! Federn! Wie lange hast du schon meine Federn? Heute nicht. Achtung, schnell, 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 schnell! Und, steck! Runter! Los! So, ich komm doch unten! Achtung von oben, komm! Tuck dich! Tuck dich! Achtung, noch was! Und der hat Stacheln! Hey! Ich bin gleich Stacheln! Ich mach weiter so weit, ja! Ganz Erschloss, probieren! Das muss ich ganz von vorn machen! Na, schön! Das sah cool aus! Muss ich ja mal so sagen! Disco! Hallo! Na? Und Tschüssi! Dich mag keiner, ja Cooper? Ich will keiner sehen! Und dich genauso! Stirb! Hast du gar ne Vogel an, Cooper? Fledermaus! Vögel! Fledermaus! Vögel! Fledermaus! Es sind Fledermäuse! Nein, es sind Fledermäuse! Vögel! Fleder! Vögel! Mäuse! Vögel! Fledermäuse! Vögel! 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 Und zack. Schön. Hat funktioniert. Habe ich auch gelangt? Ja. Ja, meine ich. Jetzt musst du noch. Es sind echt immer so Momente, da musst du einfach die Daten anhalten. Das ist doch völlig ein stink- einfaches Level. Stinklangweilig worden. Warum machst du es doch nicht? Nee. Mr. Skill. Weil ich unskilled bin. Ja. Toll. Hauptsache mich hier auszuschimpfen. Hä? Mach ich doch gar nicht. Ja, ja, ja. Da hättest du lange müssen. Oh Gott. Hilfe. Sagen wir das doch früher. Warte. Ich dachte, du weißt das. Ja, nochmal weißt du. Hier warte ich, liebe. Okay. Das ist mir sicher. Das ist mir sicher. Hier, was das Level ist. Geh. Ach was. Das ist ja wirklich schlimm. Absoluter Kotzmist. Das ist so echt. Ja. 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 Ich hab sie ja mal geschafft. Schön. Ja. 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 Das ist schon ziemlich schlimm. Ja. Ja. Von wegen, dann kommt kein Schloss mehr, ne? Kommt trotzdem noch zwei. Ah, ne, Geisterhaus war das. Ah, da oben kommt noch ein Schloss. Okay, das haben wir jetzt geschafft. Ja. Alter, wie ein Geister. Ach, du willst dein Schloss nicht mehr machen, oder was? Was soll das? Wer braucht? Wer braucht Schlösser? Ich brauch Schlösser. Ey, du plasmatische Schleimkugel, verschwinde! Ja, super. Hallo, gibt's noch was anderes? Nö. Meinen? Du musst jetzt ganz schnell, so schnell wie möglich, nach rechts rennen. Na, ach so, und springen, oder wie? Erst auf, wie es wünsch. Drücken und dann so schnell wie möglich. So schnell wie möglich. So schnell wie möglich. Noch schneller, noch schneller, noch schneller. Ne, passt schon. Ganz schnell, ganz schnell, schnell rennen. Renn durch, renn durch, renn durch. Renn durch, renn durch. Hast geschafft, schön. Schade, das Leben wollte ich noch. Und jetzt einfach weiter hier. Weiter? Noch mal selten? Oder laufen kannst du dran drücken. Guck mal, da. Ich glaube doch, dass das der richtige Regen war. Ich hoffe jetzt. Oder war's das richtig? War's der richtige? Hauptsache die Yoshi-Müte. Wie komm an die Münze rein? Ich weiß nicht. Hab ich denn ein bisschen lange? Vielleicht dann hochspringen. Mit Anlauf. Bisschen. Bisschen Anlauf. Ja, so nicht. Egal. Oder mit dem Kuh da oben. Bin schau. Ja, vermutlich. Jawohl, das licht gut. Da kriegst du auch das Leben, siehste. Yay. Stimmt. Amt. Noms. Sade. Jetzt eine Tür davor. Die hier. Die hier, genau. Okay. Ja, genau, das war's. Yay. Im Haus kann nämlich mein Leben. Verdammt. Ganz schnell. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab dich gestorben. First try, oder? Ja. Yay. Wunderbar. Was soll ich machen, wer hier sind? Hast du denn mal? Ja. Das oder Schluss? Achso, Sieg mit Exit. Äh. Nee, das da. Was hast du? Äh. Das ist ja Sieg mit Exit, glaube ich. Aber da unten ist doch noch fertig. Jetzt soll ich doch schon nichts hier machen. Ja. Ah, 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 ah. Ähm. Ja, dann machen wir Schluss. Okay. Äh, ich darf immer die Schluss, aber. Ja, ich find die irgendwie cool, aber ich schaff's nicht. Na komm. Wobei, das hier scheint mir ein bisschen möglich als euch anderes. Das wird doch schlimmer. Na komm. Weiß doch, dass ich es auch hole. So langsam wird mein Leben noch heiß. Was heißt? Nichts. Okay. Ich hab' einfach heiß. Du, ein kleiner Fakt. Nach wie vielen Stunden haben wir jetzt schon aufgenommen? Warte. Vier oder vier? Vier, ja, wollte ich es Gott sagen. Vier oder fünf. Lala. Mein alter Laptop, den ich schon lange auf den, nicht aufgedacht soll, hat den Nagel gehängt ab. Der wäre nach zehn Minuten vollständig überhitzt. Ja, sag das mal, mein Laptop. Leider mal einen Spiegel einraufbraten können. Ja, das war cool. Mittlerweile. Das war cool. Muss ich ihm leider meine Federn zurücklassen. Und Kils will ich haben. Hilf. Oh Gott. Foto. Foto. Oioioioioioi. ON SCIEN. Beihil in den. Das ist eine Scheibe. Das ist eine Scheibe. Ja, da komm ich nicht durch, das war klar. Klasse, diese Stelle. Wie auch immer man die schaffen will, ich sie. Weil ich hab vorhin den Pilz, ne? Hast du das gesehen? Ja, ich hab den. Oh, das ist ein cooler Level. Das ist so cool. Sollen wir mal den Dienstlevel. Soll ich mich jetzt mal toben? Oh, ich muss ein Schloss schaffen, wenn ich das Level machen kann. Oh, jetzt hat er ansprochen. Oh, du Federloser. Oh Gott, stimmt. Kein Superman mehr. Ha! Ich bin zu Federloser. Ja, ich nehme nur ein Fediger. Fedriger. Das ist halt gar nichts. Ich hab mich da nicht einfach zu verinnern. Ja, diesmal mache ich das so. Ich lege dann das so. Hast du das letzte Mal drauf? Oh. Nee, da war ich ein bisschen zu nah dran. Kann ich auch nicht. Na los. Komm. Ich sehe ich und ich sehe. Nein, komm mal rein. Nee, komm mal rein. Nee, komm mal rein. Nee. Hi. Oh, jetzt wird's wieder cool. Ich bin glück's geholt. Ich bin glück's geholt. Zu früh. Oh, verdammte Scheibengleister. Kack. Mist. Ja! Diesmal war die einen ab. Das war mir zu klappen. Ja, das war cool. Ich glaube, ich weiß dann auch. Und hier waren dann die Stellen. Genau. So, jetzt bin ich gespannt. Wieso wird's hochgeschnitten? Oh, ich darf ich bin. Und, und, jawohl. Hui. Ich bin durchgekommen. Ja. Schön. Was? Du schon wieder. Jetzt reicht's mal langsam. Ich bin echt langsam lebt. Sieht einfach mal so stark. Das ist so langweilig. Ich muss die Plattform sehen. Ja. Ja, ich hab's ja entwischen. Ich will wieder großer Kampi wieder nehmen. Ich greife bitte mehr. Wenn er mich einmal trifft, dann sehen wir euch. Komm. Der schießt ja genauso präzise wie ein Minecraft-Gar. Ja. Das ist doch schlimm. Ah, so will ich nicht mal recht entspielen. Wie ist denn hier? Keine Ahnung. Egal. Da besteht es 6 zu 1, glaub ich. Oder 7? Das Level ist doch gar nicht abgeschlossen. Gut, auf den Schluss. Ja. So, hier kommt er zur Hintertür von Bosers Schloss, das wir dann am Waren werden. Ey, überspringen wir ja eigentlich den größten Teil vom Level. Das find ich gut. Aber ganz zum Schluss kommt er dann, Bowser. Ich wollte ja jetzt die Sterne entwischen machen. Ich fasse auch schon mal. Wenn du uns das Level schaffst, dann krieg ich dich. Ich glaube, da bin ich schon wieder nicht gefreut. Der ist gleich weg. Genau. Ja. Ja. Das weißt du. Ja. Ja, das weiß ich. Also, Phil, let's, play, die, wie wir geschaut haben. Hey! 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 Und, hey! Da geht es runter. Ja, ist klar! Ist klar! Verrat. Oh! Verrat. Das hier. Ja. Na, 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 na! Hey! Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Meine Hier istuma... Jetzt Ja ich sag dir doch, dass da bin ich FÜHER BLUBE! FÜHER BLUBE! FÜHER BLUBE! HAAA! Ja, mach halt! Das schaffst du schon! Du musst nur ordentlich gedrückt halten! Gedrückt halten! Gedrückt halten! Gedrückt halten! Einfach gedrückt! Ja, genau! Jetzt hat's noch gesagt! Hui! FÜHER BLUBE! Weil du nicht gerett hast! Ja, hol doch dein Bild! Ach, auf den Zeilen kann man! Nee, natürlich! Was ist denn das? Du musst nicht... AAAAAA! Ja, hab ich gesagt, du willst den Punkt freigeschalten! Ja! Finde ich gut! ZACK! Und auf geht's! Aber Leute, im Ernst! Ich wird langsam besser! Ja! Das ist doch nicht so! Also, es ist weit im Land von Skill! Aber es wird besser! Ach, da dachte ich meine Feuerblume trifft! Verdammt! Ja! Fail! Das war Fail! Das war verdammt nochmal Fail! Das war Fail! Das war ja so Fail! Hey! Das war Fail! Ja, das war Fail! Wann sei will! Wann sei will! Ja, ich will da oben lang! Wann rüber! Ich will da oben lang! Wann sei will! Wann sei will! Oh Gott! Will da unten lang! Wann sei will! 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 Lass dir Not verdienen! Da war das Ziel! Genau! Das sind wir aber auch schon! Hetzte, ja? Mhm! Bin dir aber zuvor gekommen! Ah! Bip! Wow! Wow! Weiter geht's! Farodin! Ja! Geheimatlos sogar! Ach, da geht's! Ach ja! Ah ja! Ich weiß von nichts! Unten mach's einfach! Wir sehen, ob ich ihn weiß! Ähm... Da wirft jemand einen Stein! Jupp! Tiefe Schmitten! Achtung im Boden! Achso! Ach! Warum? Was ist das denn? Jupp! Wo lässt deinen Pilsen? Ich sag's dir! Hab's dir gesagt! Ich hab... Ernstlich gedacht! Ich komm da rein! Ich hab nicht mit dem Jupp gerechnet! Warum? Auch immer! Ich komm immer einen Garant! Ja, aber echt? So Steinchen! Und rupfi! Du hattest davon nicht! Ich... Ich wollte mir das denn pflegen! Ja, aber da geht's los! Ich wende uns gar nicht zu... ...zu... hin! Huya! 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 Hahaha! Da geht's noch rein! Ja! Da aber! Wow! Wieder Temperaturen beschehen! A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U.